Hallo Leute, willkommen zurück, ich will heute etwas machen, und zwar, ich will heute meine Schwester pranken, ich weiß es nicht, ob ihr das hier so sehen könnt, oder ich nehme einfach mein Handy in die Hand, und wenn sie rauskommt, verstecke ich mich, und ich schreie dann, ah, ganz laut, okay. Aber davon muss ich, um schnell hier die Türe zu machen, weil mein Vater, er schläft, und am Ende das hört dann rasselt er aus, und ja, let's begin, los geht's. Ba!